Herr, liebe Geschwister, lass uns, bevor wir ins Wort gehen, noch einmal beten. Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Danke für deine offenen Arme. Danke, Herr, dass deine Arme jetzt auch offen sind für uns, jetzt in unserer Situation, egal was uns jetzt bewegt. Du willst uns zur Ruhe bringen. Du willst uns das Herz reinigen. Du willst uns richtig ausrichten, Herr. Und so bitten wir dich, dass du unsere Herzen jetzt ausrichtest auf dich, dass du uns so ruhig und still machst, dass wir auf dich hören können, Herr. Dass wir deine Worte aufnehmen können und sie wirklich in unseren Herzen tief hineinfallen, um Frucht zu bringen, Herr. Und ja, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du dein Wort jetzt segnest, Herr. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir waren im Römerbrief, Kapitel 8, und wir wollen heute die letzten Verse aus Kapitel 8 lesen und darüber nachdenken, was Gott uns hier zu sagen hat durch unseren Bruder Paulus, den er gebraucht hat, durch seinen Heiligen Geist Worte zu sprechen, Worte aufzuschreiben, die seine Worte sind, seine Gedanken über uns und auch seine Offenbarung seines Herzens, wie er ist. Und er gibt uns das alles, damit wir, damit wir wissen, nicht nur, dass wir glauben, sondern dass wir wissen, dass wir die Gewissheit haben, dass Gott der Schöpfer und der Herr aller Dinge ist, dass er über allem steht. Und was noch wichtiger ist, dass dieser Gott, dieser einzige, wahre, lebendige Gott, dass er für uns ist. Und damit fangen die Verse hier an in Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir nun hier zu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? So einfache Worte. Und doch ist es eigentlich die Quintessenz, wenn du das zusammenfassen willst, worum es eigentlich geht im Evangelium, dann ist es genau das. Du findest es in dem Namen, dem Gott offenbart über den kommenden König, über den Messias. In Jesaja wird er Immanuel genannt. Gott mit uns. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Diese tiefe Gewissheit, der Gott, der das Universum geschaffen hat und der der Herr darüber ist, er ist für uns. Er ist nicht gegen uns, sondern er ist für uns. Und dann, wenn du das weiterdenkst, diesen Gedanken, wenn du das wirklich zu Herzen nimmst und verstehst, begreifst, erkennst, glaubst, annimmst in deinem Herzen, wenn du diesen Gedanken zulässt, dann kommt unweigerlich die Konsequenz, ja was kann dann überhaupt noch Bestand haben, was gegen mich ist? Was ist mit den Dingen, die gegen mich sind? All die Dinge, die mir Angst machen. Alle die Dinge, die mich beunruhigen. Was können die schon ausrichten, diese Dinge? Es ist eine tiefe Geborgenheit, die Gott uns hier zuspricht. Und er möchte, dass diese Geborgenheit, dieses tiefe Wissen um die Geborgenheit in Gott, dass dieses Wissen uns ruhig macht, dass dieses Wissen uns bestimmt, dass dieses Wissen uns, ja, uns auch leitet in unserem Leben. Dass wir keine Angst mehr haben vor Menschen. Dass wir keine Angst mehr haben vor dem Tod und vor Krankheiten, die uns leiden lassen und vielleicht zum Tod führen. Gott will, dass wir keine Angst mehr haben vor schlimmen Übeln, die über uns kommen können. Er will uns wie ein liebender Vater sein Kind in die Arme nehmen, das Angst vor dem Gewitter hat und sagen, sei getrost, ich bin bei dir, es passiert dir nichts. und das soll das Bestimmende, das Bestimmende, diese bestimmende Gewissheit sein, die unser Leben durchzieht. Das will Gott. Dafür ist das Evangelium da, dass unsere Freude vollkommen sei. Dass wir Frieden haben mit Gott und dadurch Frieden haben in diesem Leben, in dieser Welt, in diesem Weg, den wir gehen, durch dieses Leben hindurch. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wer kann gegen uns sein? Es gibt so eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament, die das so wunderbar veranschaulicht. Diese Worte, wenn Gott für uns ist oder für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Das hat David ganz oft in dem Psalm auch geschrieben. zum Beispiel im Psalm 27 oder Psalm 56 finden wir das. Und es gibt auch eine wunderbare Geschichte aus seinem Leben, wo er das geglaubt hat und wo er das auch erlebt hat. Im ersten Samuel, Kapitel 17. Das kennen auch die Kinder, die Geschichte. David gegen Goliath. Die Philister gegen die Israeliten. Sie kommen, die starken Soldaten. Sie sind eine starke Streitmacht. Und das ganze Heer ist in Unruhe. Wir werden das nicht besiegen, dieses Heer. Sie haben einen mächtigen Kämpfer, den haben sie vorgeschickt und der fordert uns alle heraus und sagt, hey, kommt mal her, wenn ihr Mummeln in den Knochen habt, dann kämpft mit mir. Und dann steht dieser Hühne da in seiner Rüstung mit seinen Eisen Waffen, die so stark und mächtig sind. Mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seiner Kampferfahrung. Mit seinem, auch mit seiner, mit seinem großen Selbstbewusstsein tritt er auf und lästert. Lästert die Israeliten, lästert den Gott auch Israels. Und die Israeliten lassen sich Angst machen. Sie sind voller Angst und stellen sich dem Kampf nicht. Im Neuen Testament wird uns gesagt, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe und zieht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Es gibt nicht nur das, was du sehen kannst, sondern es gibt Dinge, die dahinter stehen. Und all diese Dinge, die uns Angst machen, die versuchen uns Angst zu machen, im Endeffekt steht der Teufel dahinter, der uns klein machen will, der uns Angst machen will, damit wir nicht erfüllt mit der Liebe Gottes hinausgehen und Zeugen sind für ihn. Der Teufel will uns klein halten. Er will das Licht, das Gott in uns hineingelegt hat durch den Glauben an Jesus, will er möglichst unter den Schäffel stellen. Er will, dass wir unser Licht unter den Schäffel stellen. Und wir tun das, wenn wir vor Angst uns verkriechen. Was sagt Gott uns in seinem Wort? Er sagt, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Widersteht im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Denn wenn du auf Gott schaust, dann siehst du, dass er größer und mächtiger ist als alle Feinde, alle Feinde, die an dich herantreten, alles, was dich bedrängt, alles, was dir Angst macht. Gott ist größer, Gott ist stärker. Und das ist diese Geschichte von David und Goliath. Wisst ihr, und David, ein junger Mann, er war nicht kampferprobt, er war nicht kampferfahren. Ja, auf seine Weise. Er sagt es dann, ja, ich habe ja auch als Hirte gekämpft für meine Schafe. In gewisser Weise war er kampferprobt. Er war vor allen Dingen aber im Glaubenskampf erprobt. Ihn hat dieser Riese, Goliath, keine Angst gemacht, weil er auf den geschaut hat, der größer ist als dieser Riese, der mächtiger ist als dieser Riese. David war nicht größenwahnsinnig. Wisst ihr, es gibt eine Art in der christlichen Welt von Glauben zu sprechen, die eher größenwahn ist. Ich kann alles. Und dann wird hinzugefügt durch Christus. Aber eigentlich ist gemeint, durch meinen Glauben kann ich alles. Aber der Glaube ist nicht das Selbstvertrauen auf die eigene Stärke, sondern ist das Vertrauen in den mächtigen Gott, der das kann, was ich nicht kann. David war sich seiner Schwäche bewusst. Aber er war sich vor allen Dingen auch der Stärke und Größe Gottes bewusst. Und so konnte er anders als die ganzen anderen Israeliten, anders auch als König Saul, konnte er sagen, lass mich doch kämpfen gegen diesen Goliath. Im Vers 37 von Kapitel 17 im ersten Buch Samuel sagt David, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Das ist 1. Samuel 17, Vers 37. Und dann sehen wir ihn ohne Rüstung, nur mit seiner Schleuder bewaffnet, mit dem, was er hatte, mit dem, was er so einigermaßen beherrschte. Er hat sich nicht angepasst an den Standard des Kriegshandwerks, sondern er ist bei seinen Leisten geblieben, der Schuster. Er ist bei seiner Schleuder geblieben. Und dann ist er dem Goliath entgegengegangen, so wie er war. Klein, schwach, ohne großen Schutz ist er Goliath entgegengelaufen. Und doch, er hatte einen Schild, wie er das in den Psalmen so schön immer wieder sagt, der Herr ist mein Schild. Und so spricht Paulus auch von dem Schild des Glaubens, den wir hochhalten. Und das Schild des Glaubens ist eben, wie gesagt, nicht die eigene Glaubensstärke, sondern ist das Schauen auf den, der stark und mächtig ist und der unser Schild ist, von dem alle feurigen Pfeile des Bösen abprallen. Und dann sagt ein 1. Samuel 17 folgendes, er spricht mit dem Philister in Vers 45 und sagt, sagt, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlacht Reihen Israels, den du verhöhnt hast. Und die ganze Welt würde sagen, David, das ist doch lächerlich. Aber David ist zutiefst überzeugt, so wie Paulus hier spricht, nachdem er das Evangelium über acht Kapitel lang erklärt hat und sich hineingeschrieben hat in eine Begeisterung, die er schon am Anfang hat, wo er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch eine Kraft Gottes, die rettet, die selig macht, alle, die daran glauben. Es ist eine Kraft Dynamik in meinem Leben, das Evangelium, dass Gott für mich ist. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mächtige Gott ist für mich. Was kann dann gegen mich sein? Was für eine frohe Botschaft, was für ein Evangelium? Es ist eine Kraft Gottes, die uns rettet, die uns selig macht, die uns befähigt, in den Glaubenskampf siegreich zu sein, wie wir David hier sehen. Ich komme mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlacht Rhein Israels, den du verhöhnt hast. Ja, er ist ein unsichtbarer Gott. Wir haben nichts als seinen Namen. Ich kann ihn dir nicht zeigen. Ich glaube an den unsichtbaren Gott, den verborgenen Gott. Und dennoch, sein Geist ist Kraft in mir. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben und die ganze Erde soll erkennen dass Israel einen Gott hat. Wie schön, dass diese Geschichte weltweit so gerne auch in Kindergottesdiensten erzählt wird. Viele, viele Menschen auf dieser Erde kennen diese Geschichte. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn der Herr ist der Kampf. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Er kämpft, aber ohne Schwert. Er kämpft auf seine Weise. Und wir dürfen, wir können, wir sollen ihm vertrauen. Und dann hast du keine Angst. Auch nicht vor einem Goliath, einem Riesen, der sich vor dir aufbaut und sagt, was willst du denn gegen mich ausrichten? Ich mache dich fertig, mache dich klein, ich mache dich zu Hackfleisch. Und David sagt, nein, ich widerstehe im Glauben an den mächtigen Gott, der größer und mächtiger ist als du. Geschwister, und das sollte unsere Haltung sein in dieser ganzen Krise. Wir dürfen, wir können zur Ruhe kommen, wir können im Frieden sein über all das, was passiert auf dieser Erde, weil wir wissen, dass Gott größer, Gott stärker, Gott mächtiger ist. Er hat alles im Griff und er ist für uns. Und wenn du dir unsicher bist darüber, ob dieser mächtige, starke Gott, ob er für dich ist, dann erinnert uns Paulus hier noch einmal in Kapitel 8, Vers 32 daran, woran wir erkennen können, dass Gott für uns ist. Es gibt einen ganz klaren Beweis dafür, dass Gott für uns Menschen ist. Und Paulus sagt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Das ist der Beweis. Das ist der Liebesbeweis. In einer Liebesbeziehung geht es einem manchmal so, man ist sich unsicher, ja, liebt mich mein Geliebter oder meine Geliebte noch. Ich bin mir unsicher. Irgendwie ist sie so grießgrämig drauf die letzten Tage. Sie zeigt mir gar nicht mehr, dass sie mich liebt. Ich bin unsicher. Und dann, wie wunderbar ist es, wenn man dieses Zeichen bekommt, der Zuneigung, der Liebe. Ja, ich stehe noch zu dir, ich liebe dich, ich bin für dich da. Ich sehe dich, du bist mir wertvoll. Gott hat uns ein Zeichen seiner Liebe gegeben, wie es kein größeres gibt. Jesus hat das selbst auch so gesagt. Er hat gesagt, größere Liebe gibt es nicht, als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. und Paulus hat das so gesehen. Er hat in Galater 2, Vers 20 sagt er, ich lebe im Glauben an Christus, an meinen König, der sich selbst für mich hingegeben hat. Er hat sich für mich geopfert. So hat Paulus das gesehen. So sieht der Heilige Geist es. Er spricht in deinem Herzen und sagt, hey, Jesus liebt dich so sehr, dass er sich für dich hingegeben hat. Er hat sein Leben für dich geopfert. Das ist das, woran wir jetzt denken in diesen nächsten Tagen. Wenn es zur Osterwoche, zur Karwoche jetzt geht. Er ist nach Jerusalem gekommen, am Palmsonntag begrüßt von der Menge als König und dann hat er sein Königtum bewiesen, sein vollendetes, sein vollkommenes Königtum darin, dass er sein Leben für sein Volk gegeben hat. Er ist als König vorangegangen in die Schlacht und hat sein Leben gegeben. Er hat nicht seine Leute in die Schlacht geschickt, dass sie ihr Leben für ihn geben. Nein, er ist ein anderer König. Er ist der König, der sich selbst hingegeben hat im Dienst an seinem Volk. Wenn du ihn annimmst als deinen König, hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes, wie wir die letzten Wochen gehört haben, in dir, das dir sagt, dieser Jesus, der Sohn Gottes, der Vater hat ihn hingegeben, er hat das kostbarste, was er hatte, gegeben, um uns zu erretten, um uns zu erlösen. Weil er uns so sehr liebt, hat er uns seinen Sohn gegeben, das ist Johannes 3, 16, so sehr die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott die Welt, so sehr liebt Gott jeden einzelnen Menschen, er hat ihn für uns alle hingegeben, sagt Paulus. Für uns alle, für alle Menschen, es ist ein Vorschuss, den Gott gegeben hat. Hier, das ist mein Sohn, der ist für euch alle. Und für uns sollte es, wir sollten dieses Evangelium so tief in unserem Herzen hineingraben, es soll so tief verwurzelt sein in uns, Geschwister, dass wir nicht mehr zweifeln. Wisst ihr, diese ganzen Fragen, die uns immer wieder umtreiben, bin ich etwas wert? Wer liebt mich? Bin ich geliebt? Bin ich geachtet? Wisst ihr, unsere ganzen Bestrebungen ständig, dass wir versuchen, vor anderen Menschen irgendwie etwas darzustellen, dass wir irgendwie um die Anerkennung und Liebe anderer buhlen, dass das endlich mal zur Ruhe kommt. Ich bin geliebt von dem, der die größte Liebe hat, die größte Liebe, die es jemals gegeben hat. Gott, der alles geschaffen hat, er liebt mich, obwohl ich es nicht wert bin, obwohl ich nicht würdig bin, liebt er mich und hat aus Liebe zu mir, nicht weil ich es wert bin, nicht weil etwas in mir ist, was diese Liebe verdient hätte, sondern aus Gnade hat er mir seinen Sohn geschenkt. Was für eine großartige, wunderbare Liebe. Wie wertvoll bin ich denn? Ich bin so wertvoll für ihn, dass er seinen Sohn gegeben hat, der Vater. Ich bin so wertvoll für ihn, dass der König sein eigenes Leben für mich gegeben hat. Und dann sagt er, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was heißt hier dieses alles? Wisst ihr, alles was wertvoll ist, alles was gut ist, alles was rein ist, schenkt Gott uns durch Jesus. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles Gute, alles Wunderbare. Er schenkt dir alles, was gut ist. Er gibt dir nicht vielleicht alles, was du haben willst, denn nicht alles, was du haben willst, ist auch gut. Aber er gibt dir alles Gute. Ich will hier mal ein paar Stellen dazu lesen, was Gott uns in Christus schenkt. Wir fangen mal mit den geistlichen Segnungen an. Epheser 1, ein paar Briefe weiter, steht, was Gott uns in Christus alles geschenkt hat. Hier steht in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und wenn dir jetzt die Frage kommt, ja toll, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, was kann ich mir dafür kaufen? Dann offenbart das ein fleischliches Denken, ein materialistisches Denken, so wie es so verbreitet ist in unserem Land. Es geht für uns nur um die Kohle. Was kann ich mir dafür kaufen? Diese geistlichen Segnungen sind so wertvoll, weil sie die Grundlage sind für ein erfülltes Leben, für dieses Leben, von dem Christus gesprochen hat, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie die Fülle des Lebens haben. Und die Fülle des Lebens bekommst du nicht durch das dicke Bankkonto, sondern durch diese geistlichen Segnungen, die unvergänglich sind, die bleiben in Ewigkeit. Was sind diese wunderbaren Schätze, die wir in Christus empfangen haben, durch ihn, mit ihm empfangen haben? Wenn du Christus angenommen hast und in ihm bist, dann steht hier in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Hier steckt so viel drin, das kann man alles gar nicht jetzt in dieser Zeit auseinander nehmen und wollen wir auch nicht, aber ich will einfach so ein paar Punkte hier nochmal anticken. Er hat uns begnadigt. Das ist so eine so ein wunderbares Geschenk, dass ich nicht mehr laufen und streben muss, um etwas zu erreichen. Ich kann mir die Liebe Gottes nicht verdienen, die Zuneigung, das angenommen sein, ein Kind Gottes zu sein, das kann ich mir nicht erarbeiten. Ich brauche es aber auch nicht. Was für ein Geschenk? Ich kann alles streben, alles fromme streben oder sonstige streben. Ich kann es endlich loslassen und sagen, ich habe das Ziel schon erreicht. Ich habe schon das Größte empfangen und zwar habe ich es geschenkt bekommen. Oh, wie wunderbar es ist, ein Geschenk zu bekommen. Oder? Ich weiß nicht, wer von euch nicht gerne ein Geschenk bekommt? Stefan wollte sich gerade wählen. Also, wer bekommt gerne Geschenke von euch? Wer bekommt gerne ein Geschenk? Ein Gnadengeschenk. Nicht ein Geschenk, was gegeben wird, damit etwas erreicht wird, sozusagen. Okay, ich schenke dir das, aber ich erwarte jetzt auch von dir, du, also, nein, Gott hat uns ein Gnadengeschenk gegeben, ein freies Gnadengeschenk, seine Liebe, seinen Sohn, ja, diese Annahme, du bist, gehörst jetzt ihm, du bist sein Kind. In Ewigkeit bist du Teil der Familie Gottes. Er wird dich niemals von sich stoßen. Und mit dieser Annahme, dass du sein Kind bist, hast du eine Würde verliehen bekommen. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. und diese Würde beinhaltet natürlich auch ein heiliges, tadelloses Leben und das schenkt er dir. Er schenkt es dir als ein neues Kleid, so wie der verlorene Sohn nach Hause kommt und ein dreckiges Kleid anhatte, ein verschmutztes, ein kaputtes Kleid hatte er an, aber der Vater hat gesagt, bringt das neue Gewand und zieht es ihm an. Gott kleidet uns in seine Gerechtigkeit. Jesus ist dieses wunderbare neue Kleid. Wir sind bestimmt dazu, zur Sohnschaft durch Jesus Christus, wir sind bestimmt dazu, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Geliebt von ihm und in Liebe zu ihm. Gereinigt durch sein Blut, ein neues Kleid, seine Gerechtigkeit. Und Geschwister, das wirkt so stark, dass es auch jetzt schon, wo wir das geistlich schon empfangen haben in Christus, in unserem Glauben, wir haben das schon empfangen, es wirkt, es färbt ab auf unser Leben. Wenn du darin lebst, wenn du in diesem Glauben wandelst, in diesem Vertrauen auf ihn, wenn er dein Fixpunkt ist, wenn er der Mittelpunkt deines Lebens ist, dann färbt das auf dein Leben ab. Die Heiligung schreitet voran in deinem Leben durch den Heiligen Geist, in dir ist. Die Frucht des Geistes wächst. Du kannst das nicht machen. Du kannst kein heiliger Mensch werden selber. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du schaffst das nicht. Du kannst eine Sache tun, du kannst es verhindern. Du kannst dich dagegen sperren, dass die Frucht des Geistes wächst. Das kannst du. Aber es ist ein Geschenk, dieses heilige, tadellose Leben in der Liebe. Es ist ein Gnadengeschenk, was Gott dir gibt und was sich entfaltet, wenn du darin lebst. Und am Anfang sagt er, ein noch wunderbareres Geschenk ist es auserwählt vor Anbeginn der Schöpfung. Geschwister, wir sind Wunschkinder. Gott hat bevor wir da waren, an uns gedacht und hat gedacht, das ist wunderbar, ja, den möchte ich machen, den möchte ich erschaffen, dem möchte ich Leben geben, den möchte ich gerne als mein Kind haben. Die, die möchte ich gerne haben, sie soll mein Kind sein, sie soll meine Tochter sein. Wisst ihr, wenn das über unserem Leben steht, auserwählt, vor Anbeginn der Schöpfung, was für ein Geschenk ist das? So viele Menschen, die auf dieser Erde rumlaufen mit diesem tiefen, mit diesem tiefen Bewusstsein, ich bin nicht gewollt. Es wäre besser gewesen, wenn ich gar nicht da gewesen wäre. Gott spricht das zu uns allen, wenn du auf Jesus schaust und ihm vertraust, wenn du ihn nur annehmen möchtest, er ist für dich gekommen, er ist für dich gekommen, hat sein Leben für dich gegeben, Gott hat seinen Sohn für dich gegeben, damit du diese geistlichen Segnungen empfängst, damit du gerettet wirst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du erkennst, dass Gott für dich ist, dass du ihn empfängst, in dich aufnimmst und dann unter anderem unter all diesen Segnungen weißt, tief in deinem Inneren, ich bin gewollt, Gott hat mich gewollt und er hat mich auserwählt, ich bin sein, ich gehöre ihm. Wisst ihr, all dieses Streben danach, was wir unseren Kindern versuchen beizubringen in den Schulen, dass sie Selbstvertrauen haben, dass sie ein Selbstwertgefühl haben. Geschwister, das ist alles künstlich, das ist der Versuch, das irgendwie so, die Kinder so zu beeinflussen, damit sie irgendwie durch das Leben kommen, aber das, was uns wirklich eine wahre Würde und ein wahres Vertrauen gibt, und das ist dann eben nicht ein Selbstvertrauen, sondern dieses Selbstwertgefühl, das entsteht, wisst ihr, wodurch das entsteht, wenn ich das zulasse, dass das Evangelium in mein Leben hineinkommt, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dass ich alle anderen versuche, mir selbst Wert zu verschaffen, beiseite lege und das annehme, es gibt nichts Wertvolleres als der Sohn Gottes, es gibt nichts Wertvolleres als Christus und er hat sich für mich hingegeben, Gott hat seinen Sohn für mich gegeben. dann spricht er von der Erlösung, die uns geschenkt ist. In ihm haben wir die Erlösung in Vers 7 durch sein Blut, dass er sein Leben gelassen hat, dadurch haben wir Erlösung und Rettung, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung! Was gibt es für ein großartigeres Geschenk als Vergebung? Wenn ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind, dass alle Fehler, die ich gemacht habe, allen Dreck, den ich am Stecken habe und sei es noch so schlimm, Gott sagt, ich habe dir vergeben. Mein Kind, ich habe dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Glaubst du das? Du kannst das jetzt annehmen. Du kannst das jetzt glauben. Du darfst das aus Gottes Hand empfangen, weil Jesus mit seinem Blut dafür bezahlt hat. Und in ihm hast du die Vergebung der Sünden. Dann wird in Vers 11 davon gesprochen, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Wir sind Erben Gottes. Davon haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Paulus sagt es, wir sind Erben Gottes, wir sind Kinder Gottes. Er hat ein Erbe für uns. Vers 13 ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieses wunderbare, großartig, kostbare Geschenk des Heiligen Geistes in mir. All diese großartigen Segnungen, in ihm haben wir das alles geschenkt bekommen. Was haben wir noch bekommen? Lass uns mal 1. Korinther 13 aufschlagen. In ihm, in Christus haben wir das empfangen, was bleibt. Und was bleibt, sagt Paulus? Liebe, Glaube, Hoffnung. Das, was die Menschen so sehr suchen, wonach sie sich sehnen. Das, was sie vielleicht in dieser Krise noch mehr sich wünschen, als jemals zuvor. Geliebt zu sein, Vertrauen zu haben, Hoffnung zu haben. Und durch Christus haben wir das. Wir wissen in Christus das, was wir letzte Woche gelesen haben. Die, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Sie werden ans Ziel gelangen. Geschwister, wir haben diese Liebe durch Christus empfangen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wenn du alles Mögliche Gutes tust, sagt Paulus, wenn du großartige Gaben und Fähigkeiten hast, wenn du großartige Taten tust, aber du hast diese Liebe nicht, dann ist es alles wertlos. Es bleibt nicht. Aber diese Liebe, sie gilt uns und sie kommt in unser Herz durch den Heiligen Geist und wir empfangen diese Liebe und Frucht des Geistes, die Liebe wächst in uns, dass wir selber solche Menschen werden, wie es hier steht in 1. Korinther 13. Jesus ist so und er verwandelt uns durch seine Liebe in diesen Charakter. Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Mensch, die Liebe hält das aus, dass wir zu Hause eingeschlossen sind. Die Liebe hält das aus, die erträgt das, die ist geduldig, sie wird nicht wahnsinnig unter dieser ganzen Last. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie denkt nicht an sich, sondern an andere, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, Geschwister, ich mache mich nicht groß, ich versuche nicht, alle Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, das brauchen wir alles nicht, das haben wir alles nicht mehr nötig. Wir sind geliebt, wir haben die Liebe in uns und wir können diese Liebe weitergeben, ohne, dass wir ständig auf uns aufmerksam machen müssen. Sie benimmt sich nicht unanständig. Ich kann mich selber beherrschen, dass es Selbstbeherrschung ist, eine Frucht des Geistes. Ich muss nicht ständig irgendwie wie ein Elefant im Porzellanladen sein. Es ist ja furchtbar peinlich, wenn ich ständig anecke überall. Aber durch die Liebe wird mein Leben verwandelt, sodass es nicht mehr so ist, dass es weniger wird. Sie sucht nicht das ihre. Sie denkt an andere, an die Nachbarn, an die Familie, an die Freunde, an die Geschwister, an die Einsamen, die Kranken, die Alten, die Schwachen, die Witwen, die Weisen. Die Liebe denkt an die Verlorenen und sucht mit Christus. Sie lässt sich nicht erbittern. Ja, Vergebung ist so ein wunderbares Geschenk und es hilft uns, dass wir nicht bitter werden. Ist es nicht ein wunderbares Geschenk als Christ, dass wir nicht ein bitteres Leben führen müssen, weil wir Vergebung kennen, weil wir die Gnade geschenkt bekommen haben, dass uns vergeben wurde und dass wir lernen durften und lernen dürfen von unserem Herrn selber zu vergeben. Dadurch haben wir kein bitteres Leben. Mensch, Geschwister, es gibt so viele bittere Menschen in dieser Welt. Durch Christus sind wir so reich beschenkt, weil wir nicht bitter werden müssen, kein bitteres Leben leben müssen. Sie rechnet Böses nicht zu. Wir müssen nicht Leute sein, die ständig die Fehler der anderen ankreidet. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Das ist auch ein Geschenk, ein Freund der Gerechtigkeit, ein Freund der Wahrheit zu sein. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Wir sind so reich beschenkt. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und diese Liebe, sagt er dann in Kapitel 14 Vers 1, strebt nach der Liebe. Das soll unser Streben sein, dass wir erfüllt sind von dieser Agape-Liebe, die in uns ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. strebt danach, dass diese Liebe sich entfaltet, dass die Frucht des Geistes, die Liebe wächst, weil das ist ein großartiges Geschenk. In Christus haben wir diese Liebe, in Christus haben wir auch Glauben und Hoffnung in dieser hoffnungslosen Zeit. Was sind das für wunderbare Geschenke? Und wenn du mir jetzt sagst, das ist mir alles zu, ne, irgendwie auf so einer geistlichen Ebene, ich komme damit nicht klar, ich bin so irdisch gesinnt. Ich sage dir, Jesus hat auch einen Trost für irdisch gesinnte Menschen. Petrus war so einer. In Markus 10, 10, als Jesus einem Reichen es zugemutet hat, zu sagen, hey, Junge, es ist toll, dass du, also ich habe dich echt lieb, dir ist das wirklich wichtig, das ewige Leben, das ist was Schönes, dass du das ewige Leben haben möchtest, aber da gibt es was in deinem Leben, das hält dich zurück, dein Materialismus. Du hängst an deinem irdischen Reichtum, du hängst mit deinem Herzen da dran, das ist dein Problem. Lass es los, gib es weg, ganz und dann hängt dein Herz an mich, folge mir nach. Oh, wie schwer war das, er konnte es nicht. Er ging traurig weg. Er hat es nicht gemacht. Wisst ihr, wenn wir diese ganzen geistlichen Segnungen sehen, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, tja, wirklich alles loslassen, all das irdische loslassen, dann habe ich ja am Ende gar nichts, stehe ich mit nichts da, wie soll ich dann klarkommen? Nur von Luft und Liebe kann ich doch nicht leben. und in dieser Geschichte in Markus 10 spricht Jesus davon, wie schwer es ist, gerettet zu werden. Vers 25, Vers 24 sagt Jesus, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, und wer kann dann gerettet werden? Sie haben es richtig verstanden, das Problem ist nicht nur bei diesem reichen Pinkel, sondern es ist bei uns allen. Es ist so schwer, alles loszulassen für Christus. denn das bedeutet das. Wenn wir wollen, dass Gott für uns ist, dann müssen wir alles andere zur Seite legen und sagen, okay, dann will ich auch nur dich haben, Jesus. Und wenn du dann Jesus empfängst, dann empfängst du mit ihm alles. Und das macht Jesus hier den Jüngern deutlich. Petrus sagt nämlich, nachdem, oder entschuldige, ich bespringe hier jetzt rum, ich muss wieder nüchtern werden, ruhig, Jörg, langsam, Schritt für Schritt. Okay, also, sie waren ganz durcheinander, die Jünger, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. das ist so wichtig und so zentral. Im Glauben geht es letztendlich darum, dass ich meine ganze menschliche Perspektive zur Seite packe und mich vollkommen ganz, von ganzem Herzen auf Gott einlasse. Gott sagt, das ist mein Gebot. Jesus sagt, das ist das höchste Gebot. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Nicht mit geteiltem Herzen, von ganzem Herzen. Und die Jünger haben es richtig erkannt, wie kann das möglich sein? Es geht nicht. Wir kriegen das nicht hin. Jesus sagt, aber Gott macht es möglich. Gott kann es dir möglich machen. Deswegen, was auch unsere Rettung, unser Heil angeht, wir können nur auf Gott vertrauen. Anders kannst du nicht gerettet werden. Du kannst es nicht versuchen, selber mit aller Anstrengung Gott zu lieben. Das geht nicht. Du musst diese Liebe empfangen. Du musst sie bei Gott suchen, die Rettung, das Heil. Er kann es möglich machen, sagt Jesus. Und dann steht hier, Vers 28, Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. und Jesus sprach wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also Jesus sagt, Gott lässt sich doch nicht irgendwie aushalten. Du kannst Gott nicht etwas geben, du kannst ihn nicht beschenken. Er ist immer der Beschenkende. Er beschenkt dich. Mit Christus empfängst du alles, auch die Dinge dieses Lebens, die so notwendig für uns sind. Familie, ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen. Jesus hat gesagt, ich versorge dich. Das ist seine Zusage und sie gilt für dein Leben. Du wirst keine Reichtümer in dieser Welt sammeln. Wenn du es tust, dann wirst du das Ziel verfehlen. Aber du wirst schon in diesem Leben reichlich gesegnet werden. Er sagt, da ist niemand, keiner wird das so erleben, dass er um Jesu Willen etwas loslässt in seinem Leben und nicht wieder zurück empfängt. Gott. Also, so sagt Paulus in Römer 8 Vers 32 Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Noch so ein wunderbares Geschenk. Niemand kann uns anklagen. Gott ist es nämlich, der rechtfertigt. Er hat uns gerechtfertigt. Du musst dich nicht mehr selber rechtfertigen. Du musst keine Erklärungen und Entschuldigungen mehr finden für dein Versagen, für deine Sünde. Du darfst sie einfach so eingestehen und bekennen und Gott vergibt dir und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit und hilft dir ein neues Leben zu führen, Buße zu tun und umzukehren und dein Leben anders zu führen, als du es vorher getan hast. Aber da ist keiner mehr, der eine Anklage gegen dich richten kann. Wer ist da, der verdammt oder besser gesagt verurteilt? Der ganze Gerichtszusammenhang ist hier immer noch gegeben. Wer ist da, der verdammt, der verurteilt? Christus Jesus, der König Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Er hat sich nicht nur für uns hingegeben, sein Leben gegeben, für uns, uns zugute, für unsere Sünden gestorben, sondern er ist auferweckt, auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes, er ist zum Himmel gefahren und sitzt in dieser Machtposition. Und was tut er in dieser Machtposition? Er bittet und betet für uns, für dich und für mich. Er ist für uns, Gott ist für uns, Christus, der König, ist für uns. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Christus liebt dich, Christus liebt mich, Christus liebt uns, seine Kinder. Wer kann uns von dieser Liebe trennen? Niemand und nichts, wie wir das singen. Und dann zählt Paulus hier auf, was könnte das alles sein, was uns trennen könnte von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Also äußere Bedrängnis, Bedrängnis, die von außen kommt, die uns anfechtet, von außen oder eine Enge des Herzens, eine Beengtheit in uns, Angst, Sorgen. Kann das uns von der Liebe Christi trennen? Oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, wenn wir nicht genügend anzuziehen haben, wenn wir nicht genügend zu essen haben? Kann uns das von der Liebe Gottes trennen, von der Liebe Christi? Oder Gefahr oder Schwert? Wisst ihr, Paulus spricht hier von seinem eigenen Leben. Er hat all diese Dinge erfahren und er sagt, nichts von diesen Dingen hat mich davon trennen können, von dieser Liebe, die ich erfahren habe. Nichts hat diese Liebe geraubt aus meinem Herzen. Nichts hat diese Gewissheit erschüttert, dass Gott für mich ist. Nicht die Umstände bestimmen meinen Glauben, sondern der Heilige Geist in mir und die Tatsache, die Gott gegeben hat, nämlich, dass er seinen Sohn gegeben hat, das steht fest. Das ändert sich auch nicht mehr. wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das ist ein Zitat aus dem Psalm und macht deutlich, die, die Gott gehören, sie werden verfolgt in diesem Leben. So hat Paulus das auch immer gesagt, so hat er es uns ja auch, so haben wir es ja auch die letzten zwei Male gelesen, zwei Sonntage, dass wir als Kinder Gottes durch viele Leiden auch hindurch gehen müssen. Aber, und das ist das große Aber, was da drüber steht in Vers 37, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und was heißt es zu überwinden? Es heißt nicht unbedingt, dass ich von jeder Krankheit geheilt werde. Das heißt nicht, dass ich immer genug Geld in den Taschen habe. Das heißt nicht, dass ich keine Not habe. Und es heißt auch nicht, dass ich am Ende aus jeder Not herausgerettet werde. In diesem Leben. Es heißt aber, dass Gottes Ja über meinem Leben steht und es nicht, sich nicht verändert. Und dass ich die Herrlichkeit, die mir versprochen ist, dass ich sie erben werde. Und niemand und nichts kann mir das nehmen. Nichts von diesen Dingen, die Paulus aufgezählt hat, kann mir das nehmen. Dieses Ja, was über meinem Leben gesprochen ist, was ewig gilt. Und dadurch kann ich überwinden, dadurch kann ich im Glauben stehen bleiben. Dadurch werde ich nicht in meinem Glauben irre werden, sondern ich werde treu in meinem Glauben bleiben, bis zu meinem letzten Atemzug. in dem Allen sind wir mehr als Überwinder. Der Teufel wird uns nicht kleinkriegen, Geschwister. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi befähigt uns, in allem zu überwinden, selbst in der Todesnot. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, Manchmal ist auch das Leben etwas, was uns vom Glauben wegreißen, wegziehen will. Aber Paulus sagt, nichts kann mich von der Liebe Christi trennen, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Himmlische Mächte können mich nicht von Gott trennen. Nichts, was jetzt gegenwärtig ist, die Not, die Last, die Herausforderung, vielleicht aber auch das Vergnügen, es kann mich alles nicht trennen von der Liebe Christi, weil das ist das große Ja, was über meinem Leben steht. Das ist das, was mein Leben bestimmt. Das ist, was mein Herz erfüllt, die Liebe meines Gottes. Und da wird auch nichts zukünftiges kommen, was das verändern wird. Das bleibt in Ewigkeit. Die Liebe bleibt. Weder Mächte, Höhe, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus hat es dir gezeigt. Er hat sein Leben für dich gegeben, für deine Sünde. Nicht für deine besten Taten hat er sich hingegeben, sondern als wir noch Sünder waren, da hat er sein Leben gegeben für uns, sodass wir seine geliebten Kinder werden können. Und das ist eine großartige, wunderbare Position, die wir innehaben. Söhne und Töchter des lebendigen, einzig wahren Gottes zu sein. Und niemand und nichts kann uns das rauben. Jesus hat das so gesagt in Johannes 10. Sie sind in meiner Hand, meine Schafe, sie sind in meiner Hand und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Du bist sicher, du bist geborgen in der Hand Gottes. Nichts kann dich davon trennen. Und wenn du diese Unsicherheit in dir hast und noch nicht ein Kind Gottes geworden bist, dann ist das eine wunderbare Chance heute zu sagen, Herr, ich möchte, ich möchte dir glauben, ich möchte dir vertrauen, ich möchte mein Leben in deiner Hand legen, ich möchte nicht mehr ein geteiltes Herz haben, ich möchte nicht mehr hin und her schwanken, ich möchte, dass diese Liebe Gottes mich tatsächlich ganz erfüllt. Ich möchte alles andere aufgeben, was mich davon abhält, was mich davon zurück hält, meinem Schöpfer zu glauben und zu vertrauen, meinem König Jesus, dem Christus Jesus zu vertrauen und dem, was er für mich getan hat. Ich möchte das alles loslassen, was mich davon hindert und möchte diese Liebe Gottes in mich aufnehmen, den Heiligen Geist. Ich möchte in dieser Gewissheit leben, die Paulus hatte. Ich möchte mich voll und ganz auf Gott und auf sein Evangelium stellen, auf seine frohe Botschaft. Gott ist für uns und nichts und niemand kann gegen uns sein. Er hat für uns alles gegeben und schenkt uns alles mit Jesus. Amen.